Da haben wir unsere SU-Vergaser. SU steht für Skinner Union, ein Unternehmen, das zwei Brüder 1902 gründeten. Im Internet kursiert der Witz, dass SU eigentlich von SSU kommt, Sausage Skinners Union, also Wurstfällenvereinigung, und dass der erste SU-Vergaser von einem Fleischwolf abgeleitet wurde. Naja, mit viel gutem Willen kann man eine gewisse Verwandtschaft erkennen. Auf jeden Fall haben die Brüder einen sehr guten Vergaser entwickelt. Wir wissen, dass ein Vergaser wichtig ist, damit der Motor gut läuft. Er muss Treibstoff und Luft vermischen, damit eine Verbrennung stattfinden kann. Ich will herausfinden, warum die Vergaser nicht so gut gearbeitet haben, wie sie sollten. Dazu nehme ich zuerst die Luftfilter ab. Jetzt kann man besser reinschauen. Was diesen Vergaser so besonders macht, erkennt man an dem Kolben hier unten. Was wir hier haben, ist ein Gleichdruckvergaser. Im Moment käme nur wenig Luft dadurch. Aber die Mechanik sorgt dafür, dass die Luftgeschwindigkeit gleich hoch bleibt. Wenn mehr Luft einströmt, bewegt sich der Kolben nach oben, und dabei wird die Öffnung natürlich größer. Mehr Luft dringt ein, aber ihre Geschwindigkeit bleibt gleich. So hat man eine Variable weniger, und es ist leichter zu berechnen, wie viel Treibstoff hinzugefügt werden muss. Die Drosselklappe steuert man über den Seilzug am Gaspedal an. Aber der Vergaser übernimmt die komplizierten Rechenaufgaben. Das funktioniert alles rein mechanisch. Sehr clever. Der einzige Nachteil ist, dass das reine Luftvolumen und nicht die Masse gemessen wird. In der Höhe, wo die Luft dünner ist, muss man den Vergaser nachjustieren. Um das zu testen, halte ich hier zu. Der Schwimmer funktioniert wie in einem Toilettenspülkasten. Wenn ich hier reinblase. Perfekt. Er unterbricht den Kraftstoffzufluss, wenn genug in der Kammer ist. Interessant. Hier sieht man eine Kraftstoffleitung. Die wurde gequetscht und beschädigt. Die ganzen Teile lege ich in ein Reinigungsbad und mache sie richtig gut sauber. Danach erneuere ich die Dichtungen und setze alles wieder zusammen. Die Vergaserteile sind gereinigt. Dann setze ich jetzt die neuen Teile ein. Der Vergaser-Reparatursatz hat 180 Euro gekostet. Ich bin sicher eine Weile damit beschäftigt, aber danach wird die Leistung unseres Volvos viel besser sein. Die beiden Vergaser sind aufgearbeitet. Jetzt muss ich sie noch einstellen. Ich drehe die Leerlaufschraube erst einmal ganz auf. Dann wieder andersrum, bis eine kleine Bewegung zu sehen ist. Dann weiß ich, es gibt Kontakt. Jetzt mache ich noch eine Umdrehung. Halb, ganz. Das gleiche auf der anderen Seite. Das müssen wir natürlich an beiden Vergasern machen. Jetzt lasse ich den Motor an und versuche, alles schön auszubalancieren. Mit meinem Synchronometer überprüfe ich, wie viel Luft hier durchströmt. Damit synchronisiere ich die beiden Vergaser. Ungefähr 12. Auf dieser Seite sind es über 30. Dann drehe ich die Leerlaufschraube hier mal zu, damit der Leerlauf harmonischer ist. Das gefällt ihm nicht. Also drehe ich auf der Seite auf. Der Leerlauf ist jetzt so niedrig wie möglich eingestellt. Als nächstes stimme ich das Mischungsverhältnis ab, indem ich die Düse im Verhältnis zur Nadel, hoch- oder runterdrehe. Die Faustregel lautet, wenn ich den Kolben um einen Millimeter anhebe und auf das Motorgeräusch achte, gilt, wenn die Drehzahl ansteigt und oben bleibt, ist das Gemisch zu fett. Wenn sie abfällt, ist es zu mager. Wenn sie ansteigt und sich wieder beruhigt, dann ist alles im Lot. Wie sieht es im Moment aus? Etwas zu fett. Ich drehe sie rein. So wird es besser. Gehört? Die Drehzahl ist kurz angestiegen und wieder abgefallen. Das müsste es fast sein. Das ist schön. Damit haben wir zwei wunderbar eingestellte Vergaser.